So, ich sag das jetzt nur ein einziges Mal. Die nächsten sechs Monate werden hart. Aber ihr seid hier bei der Crème de la Crème. Das ist ein kompletter Psychopath. Noch einen Fehler und jeder wird dann kriegen einen Präfo drin und steht fürs Vaterland gefallen. So Schleifertypen wie Ihnen will keiner mehr zum Bundesheer. Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. 20. Wieso? 40. 60. Sag einmal, kapierst du nicht, dass du die Wappen halten sollst? 60 Liegestützer. Aufstehen. Sind Sie schwer vom Begriff Rekrut Tschusch? Herr Vizeleutnant, Rekrut Fallag meldet mein Name als Fallag. Bist du ein intelligenter Tschusch? Jawohl Herr Vizeleutnant. Was wird denn das? Ein Familienporträt. Nein, das sind Monster. Sie wollen sich verpflichten lassen. Jawohl Herr Vizeleutnant. Warum? Fragen Sie, weil ich ein Tschusch bin oder weil ich schwul bin. Sie bewegen sich auf einem Minenfeld. Wo warst du? Du kannst es. Komm jetzt. Willst du Fallag? Wenn sie erfrieren, dann bring ich sie um, Fallag! Die Welt funktioniert nicht so, wie dein schwules Hirn sich das vorstellt. Willst du das nicht checken oder bist du zu blöd das zu checken? Schöpflüggen verschiedenen coming Meanwhile die Zukunft festivalstellt. Untertitelung des ZDF, 2020